Hallo liebe Menschen, wir haben heute Gäste bei uns und zwar sind Steffen und Heiko von Volkstanz hier. Hallo Steffen und Heiko. Schön, schön. Volkstanz, da freue ich mich sehr, dass ihr hier seid und dass es geklappt hat. Volkstanz, wollt ihr vielleicht kurz erklären, was das für ein Projekt ist und was ihr da macht? Frag Heiko. Heiko. Jetzt zur Zeit machen wir gar nichts. Geil. Aber natürlich muss man noch erwähnen, dass ihr T-Shirts mitgebracht habt, inklusive Models, die ihr mitgebracht habt. Das stimmt. Die man hier sieht, die T-Shirts gibt es zu kaufen. Sehe ich das richtig? Auf jeden Fall. Kommode-records.de gibt es alles zu kaufen. Kaufen, 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 Weihnachten. CDs, warte. CDs. Volkstanz, CDs. Wir machen nämlich doch gar nichts, sondern wir machen sehr viel. Ich versuch's. Warte. Die Zeit nehmen wir uns. Erste CD. Wir reißen ab. Die Anfangsversuche von Volkstanz, auch schon mit elektronischen Beats, mit männlichem Gesang. Danke, Steffen. Die nächste CD hat... Wir reißen ab, haben wir auch tatsächlich auf der Bühne so dargestellt, mit zwei Schauspielern damals noch. Wir hatten ja super Connections in der Hochschule. Zweite CD heißt Zu Haus. Eigentlich haben wir erst gedacht, deutsche Folklore geht gar nicht, deswegen haben wir alles, was auf Reisen gespielt wurde, nachgespielt. Nicht nachgespielt. Zu Haus ist, deutsche Folklore fängt an mit Taj Mahalien Tuba zum Beispiel. Geht weiter mit hin und weg. Tolle Platte. Zoom. Zoomst du mal in die Kamera? Da sieht man auf dem Bild, wie viele wir waren. Nein, ganz nah ran, bitte. Danke. Isabel, Gräfin Gatterburg, unser Model No. 1. Kascha Katlobowska. Volkstreet war die nächste CD, die haben wir. 2011 aufgenommen, 2012 rausgebracht. Akustik, Brass, Street, Brassband. Fängt mit Abschiedslied an. Hier, Zoom nochmal. Was ist das für ein Zoom? Das Red, Volkstreet, machen wir eher verspult in die Kamera. Und das ist ja so brandneues, unsere brandneue EP. Days EP, 4 Days und einen Bonustrack kann man runterladen bei komode-records.de für schlappe 6 Euro. Inklusive Booklet, was es nicht bei iTunes etc. gibt. Deswegen 6 anstatt 4,99 Euro. Ich bin fertig. Schön, und ich höre gerade, dass wir sogar die Möglichkeit haben. Ja, wir sind jetzt soweit. Haben wir noch eine Live-Schaltung? Wir haben eine Live-Schaltung. Wir haben eine Live-Schaltung. Die Kollegen sind gerade. Ja, wir sind soweit. Wir können jetzt umschalten. Viel Spaß. Der Beam-Strahl ist auch bereit. Der Beam-Strahl ist auch bereit. Alles klar. Was für den Beam-Sound. Wir haben jetzt mal Musik. Wir haben jetzt mal Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020